der dax ist tapfer weiter auf dem weg nach oben verlässt immer mehr die zone des möglichen widerstandes muss man ja schon fast sagen also eine trendlinie oder eine widerstandsmarke auch horizontaler natur ist natürlich immer nur ein angebot an die marktteilnehmer dass die dann entweder aufgreifen oder eben nicht so jetzt gucken wir uns mal haben sie es aufgegriffen nein sie haben es nicht aufgegriffen das heißt keine schwäche an dieser marke hier gezeigt wir sehen das in keiner form wer das hier in irgendeiner form korrektiv hier oder beziehungsweise stark nach unten erst mal es war nicht mal korrektiv nach unten der markt ist aber durchmarschiert und hat hier mit dieser kleinen ausnahme hier diese beiden tage mal ansonsten nichts anderes als aufwärtsbewegung gezeigt wir sehen dass hier noch mal ganz kaum farblich erkennen aber alles grüne kerzen hier waren wie gesagt zweimal dass es da nach unten gegangen ist das ist ganz klar stärker das heißt die marktteilnehmer im deutschen markt was den dax angeht zumindest mal die sind auf kauftour unterwegs da ist keine schwäche da keine sorge keine gewinnmitnahme sonst irgendwie was sondern nach wie vor der gedanke man sollte mit drin bleiben sollte man jetzt noch kaufen ich persönlich bin kein freund davon auf diesem niveau zu kaufen ich sage das immer wieder ich weiß viele wünschen sich das und sagen ja aber wenn es denn jetzt weiter steigt aus meiner sicht ist es immer sinnvoller auf einen rücksetzer zu warten auf eine vergünstigung die gleichzeitig uns ein korrektives bild eben zeigt korrektiv ist deshalb wichtig weil wenn dies korrektiv nach unten ist ja dann ist das nicht die richtige richtung dann ist das eine pause in einer entsprechenden bewegung und müssen wir nachher mit einer fortsetzung rechnen wie sieht so was aus naja häufig eben eine starke seite und irgendwas was mehrfach hin und her geht oder zumindest dreiwellig a b c hier konnte man es nicht sehen trotzdem geht es nach oben also bitte sagt nicht ja es kann aber auch mal so sein das ist also keine hilfe naja an der stelle kann ich halt keinen einstieg finden aber wenn ich irgendwie so etwas habe dann sind diese zwischen hochmarken mögliche einstiegs methoden die man verwenden kann wenn ihr das nicht seht weil zum beispiel die bewegung nach unten stark ist ja dann kann man halt nicht rein zumindest nicht nach diesem ansatz gibt andere möglichkeiten mit indikatoren systeme ich bin da persönlich kein großer freund davon das heißt ja nicht dass man es nicht trotzdem nutzen kann muss ja nicht alle machen wie ich das tue aber wenn ich etwas sehe was im verhältnis flacher ist als die anstiegsseite ihr könnt das häufig am winkel erkennen wenn das häufig so im trennkanal verläuft also so ein bisschen man sieht das hier so halbwegs also das ist ein bisschen das ist eigentlich ein klassisch korrektives verlaufsmuster weshalb echt die chance besteht dass der dax sagt könnte uns alle mal mit den schlechten stimmungen wir gehen jetzt nach oben durch zumindest mal die marktteilnehmer in deutschland scheinen offensichtlich nicht wirklich beeindruckt zu sein von schlechten zahlen die ja viele konjunkturzyklika aktuell noch sehen und sagen ich bin gar nicht so glücklich was das ganze angeht was den markt angeht offensichtlich die abwärtszeit ist ganz klar korrektiv also anders oder schöner kann man korrektiv nicht faken noch mal ganz kurz zum gegenbeispiel hier im wochenschart sehen wir dass wir hier starke aufwärtsbewegung das sind eigentlich relativ starke bewegungen die wir haben und wenn ich das fällt also überlappungsfrei ja wir haben ähnlich große korrekturen sind alle groß voneinander unterschiedlich hier haben wir ähnlich große die ständig überschneidend sind überschneidend ist ein gutes indiz eben für korrektiv sollte dafür ein ein hinweis eben geben also ihr seht das hier im großen das könnt ihr natürlich im kleinen auch anwenden wenn ihr jetzt zum beispiel heute nachmittag irgendwie mal was seht oder gehen wir mal auf den dax in den abendstunden vielleicht irgendwie was habt was wieder so aussieht so ähnlich wie das hier beispielsweise oder eine nummer größer vielleicht wie das hier aussieht dann ist das zumindest mal ein indiz dafür dass wenn dann die brüche auf der oberseite sind dass man das eben handeln kann ich bin gefragt worden mensch jetzt macht doch mal einen konkreten trade das ist natürlich gar nicht so einfach wenn ich jetzt hier hier kann ich jetzt keinen konkreten trade machen an dieser stelle jetzt hier das bringt ehrlich gesagt gar nichts denn was mir fehlt für einen konkreten trade ist das aber ein kleiner hinweis ich glaube den können wir an dieser stelle durchaus machen denn viele wissen ja dass ich immer dienstags zum beispiel ein webinar mache völlig kostenfrei mit dem partner von dem trade des tages das ist xtb und dort habe ich dienstags abends immer ein webinar wenn ihr wollt seid einfach mit dabei 18 30 heute guckt einfach in youtube googelt nach rüdiger born und xtb und dann werdet ihr das schon finden und dort suchen wir solche situationen on the fly und stelle ich dann entsprechend auch trading situationen vor die dann sozusagen hoffentlich live miterlebt werden können wenn das im minuten chart fünf minuten chart ist oder die wir dann eben in etwas größeren rahmen dann vorbereiten also wenn ihr lust habt solche sachen euch anzuschauen es gibt doch viele sachen wo ich solche dinger vorstelle das ist auch nicht immer jemand hat gesagt aber nicht einen kostenpflichtigen dienst natürlich mache ich solche sachen auch kostenfrei mindestens mal wenn es einzelne beispiele sind allerdings muss ich auch dazu sagen dass einzelne beispiele natürlich immer nur ein lehrcharakter haben ich werde häufig gefragt mensch rüdiger sagt mir doch mal die zwei trades des jahres die richtig gut sind wer so die frage stellt der versteht nicht wie trading funktioniert wir alle wissen ja nicht wie der nächste trade geht trading und der erfolg im trading ist ein massenphänomen nicht ein einzelphänomen wir wissen nie was der nächste trade bringt auch wenn man sich das wünscht oder wenn man ganz viel erfahrung mitbringen macht das ja seit 30 jahren weiß ich trotzdem nicht ob der nächste trade positiv wird oder nicht ich weiß aber wenn ich eine vielzahl von trades auf ein bestimmte aber ein bestimmtes verfahren eben ableite dann habe ich eine realistische chance damit nachher deutlich mehr zu haben als ich vorher hatte was auch immer deutlich bedeutet aber zumindest mal so dass es nicht jetzt ein rein zufälliges erlebnis ergebnis sein sollte na gut also das mal dahingestellt das hängt natürlich davon ab welchen handelsansatz man fährt ich bin da immer sehr puristisch ich mag das immer gerne zu gucken wie es korrektiv ist und dann sind diese brüche meine einstiegsszenarien oder diese brüche sind meine einstiegsszenarien man kann natürlich auch andere varianten haben um das ende einer korrektur zu sehen ich habe über indikatoren gesprochen die ich persönlich nicht so schätze das hat verschiedene gründe das würde jetzt in diesem beitrag jetzt so weit gehen aber wenn ihr sagt ich mache das ende der korrektur nicht an einem bruch also so eine zwischen hoch hier irgendwie was davon abhängig sondern ich mache das durch eine indikatoren situation davon abhängig wenn irgendwas da dreht beispielsweise das sind andere methoden oder varianten die man da natürlich zur anwendung bringen kann so also insofern aktuell der dax weiter auf der aufwärtsseite ganz kurz will ich noch einen satz sagen ich werde es vielleicht nicht intensiv hier erklären können warum ist das jetzt kein einstieg hier an der stelle ist nicht zu erwarten was wäre denn wenn der kurs hier nach oben geht dann wäre das doch ein super einstieg aus meiner sicht ist das nie ein guter einstieg denn was viele vergessen ist viele sagen aber wenn ich hier einsteige und der kurs ist nachher hier oben dann habe ich doch noch einen anstieg gehabt so denkt aber kein professioneller händler normalerweise denn ich muss immer eine risiko überlegung mit eingehen und wo würde ich das ganze jetzt stoppen ich müsste ja damit rechnen dass wir diese bewegung früher oder später mal in eine korrektur bringen irgendwann also dass es hier mal eine korrektur gibt jetzt kann es gibt zwei varianten wenn ich jetzt natürlich will dass ich das da oben dann auch erlebe und hier jetzt einsteige muss ich ja mit sowas rechnen das kann jederzeit passieren das heißt ich muss das ganze hier unten drunter irgendwo stoppen zum beispiel die 78er mark ich vereinfache jetzt etwas nur einfach damit es von der logik ein bisschen klarer wird das heißt ich müsste demzufolge mein stop irgendwo hier unten hinsetzen so natürlich ist es in ordnung wenn der kurs hier ist der einstieg und der kurs klettert jetzt wirklich bis dahin dann ist es doch ganz gut ich habe halt mein stop hier unten gehabt und alles ist safe aber das ist nicht effizient warum nicht normalerweise machen wir das so dass wir sagen wir warten auf den rücksetzer haben dann hier den entsprechenden einstieg und können dann den stopp wenn wir hier dann eingestiegen sind unterhalb dieses tiefs oder dann sogar hier hinsetzen ein bisschen höher die 78er marke viele von euch die das schon länger verfolgen oder auch mal webinare von mir gesehen haben die wissen ungefähr wie das geht aber lassen wir es ruhig einfach jetzt kann es sein dass ich viel höher einsteige naja viel höher ist es jetzt nicht aber eben höher einsteiger als hier aber jetzt ist meine stop weite nur so viel das heißt ich habe jetzt zwar nicht mehr so viel gewinnen sondern leider nur noch so viel gewinnen also etwas weniger aber weil die stop weite ja halb so groß oder vielleicht sogar noch kleiner ist mit doppelter menge das heißt die entfernung die ich nach oben gelaufen bin ist kürzer wegen des späteren einstiegs aber aufgrund der sinnvollen stop überlegung habe ich zum beispiel die doppelte manchmal auch die dreifache menge handeln können das heißt ich habe dreimal den kürzeren weg statt einmal den längeren also viele private viele die noch relativ neu sind im trading geschäft sage ich jetzt mal die sagen naja aber ich möchte diese bewegung nicht verpassen und manchmal verpasse ich die weil ich eben keinen einstieg bekomme aber diese trades hier einfach so aus der hohen hüfte geschossen sind in der regel ineffizienter oder oder weniger effizient als wenn ich auf irgendeine korrektur noch mal wartet zumal mir diese korrektur auch eine typische idee gibt wie weit das nächste ziel ist das heißt unter umständen kann ich da eine viel bessere ziel kalkulation auch noch mal vornehmen das ist jetzt für dieses video ein bisschen zu weit geschossen diese videos hier am nachmittag sind ja weniger jetzt ausbildungstechnisch sondern eigentlich nur um so ein bisschen die momentaufnahme mit was ist denn aktuell zu rechnen wie ist denn die einschätzung so also insofern das andere könnt ihr euch natürlich sehr gerne angucken es gibt in youtube eine ganze reihe beiträge wo ich das sehr intensiv erkläre und wo ich darauf ganz genau eingehe und auch immer wieder beispiele sogar live beispiele zeige also insofern da werdet ihr sicherlich fündig wenn ihr ein bisschen sucht so wir bleiben aber bei der aktuellen einschätzung dax also aktuell nach oben es gibt noch null anzeichen für die abwärtsseite also es gibt kein erkennbare sicht dass der kurs dreht wer also jetzt long ist kann die long position weiter aufrechterhalten und hat die möglichkeit zum beispiel wenn er eng unterwegs ist fünf minuten chart irgendwie trailing mechanismus wie den parabolik oder super trend einfach hinterher zu ziehen nicht viel nachdenken solange läuft ist alles gut wenn er dreht nehme ich die gewinne mit das könnt ihr natürlich auf den größeren zeitebenen genauso machen wer also hier schon eine long position hat der hat die möglichkeit hier entsprechend seine position laufen zu lassen wer noch keine position hat dem würde ich nicht empfehlen aufgrund dessen was ich gerade gesagt habe mit der effizienz jetzt eine position zu öffnen sondern auf die nächste korrektur zu warten nochmal in erinnerung eine korrektur ist klassischerweise definiert als dreiwellig so abc mäßig oder es gibt komplexe korrekturen die dann mehrere dieser abc muster hintereinander führen zum beispiel vorne abc hinten abc in der mitte noch mal eine pause das kann man alles hoch wissenschaftlich erzählen double sideways ein flat triple sideways was weiß ich was oder das triple zig zag muss man alles gar nicht kennen aus meiner sicht ist das relativ leicht erkennbar was die wenn ich so eine zeichnung jetzt habe nehmen wir mal an der kurs ist so was ist die stärkere seite dann sieht man häufig mit bloßem auge was die stärkere seite ist wenn ihr es noch nicht erkennen könnt fühlt euch nicht schlecht sondern sagt einfach ich erkenne das nicht mache ich nicht mit ja also das ist immer die einfachste übung wenn man sagt ich sehe es hier nicht das geht mir auch oft so also bitte glaubt nicht dass ich in jeder situation das immer sehe aber wenn ich es nicht sehe mache ich nichts und damit habe ich eine chance blöd zu traden oder die falsche seite zu haben schon mal ausgespart wieder wenn der markt also eine korrektur nach unten macht wären solche trigger also einfach die zwischen hoch denkt dran letzte tief vorletzte tief das hoch dazwischen sind sinnvolle generelle trigger wenn das heute nachmittag passieren sollte oder heute im laufe des abends wären das auch noch später einstiege für die long seite lediglich wenn der markt scharf in die abwärtsseite geht also eben nicht dreiwellig und nicht überschneidend sondern eben stark in eine richtung das kann alternativ auch so aussehen so dann gibt es mal eine pause zwischendurch später nochmal vielleicht eine aber eben ohne kursüberschneidung ihr seht hier auch hier gab es pausen zwischendurch dann gab es hier mal wieder eine größere pause beispielsweise aber ihr seht die sind weitestgehend voneinander getrennt das ist also eher haupttrend richtung so das kann sich aber jederzeit ändern also nur weil ich sage man erkennt ist jetzt nicht heißt das nicht dass er nicht in der nächsten sekunde umdrehen kann natürlich aber sobald er dieses verhaltensmuster zeigt kann ich das sehr einfach unterscheiden von diesem verhaltensmuster und ich habe hier einen entsprechenden trigger um noch mal einzusteigen die frage war auch noch mal ja wo stoppt man das ganze vereinfacht unter diesen tiefpunkt also einstieg wäre dann wenn der kurs wieder dadurch geht und hier drunter profis wissen 78er marke ist eine alternative die ich persönlich bevorzuge weil sie statistisch eher zu meinen gunsten ist und dementsprechend da noch ein bisschen kleinen vorteil hat aber wer das nicht kennt das muss man nicht unbedingt beachten das ist nicht ganz so kritisch wie sieht es beim dow jones aus der dow jones ist es ähnlich toll unterwegs wie der dax insofern die beiden sind brüder im geiste oder geschwister im geiste wie man sagen will auf jeden fall der markt im moment an der schwelle die der dax schon durchstoßen hat also wir sehen dass sie ziemlich ähnliche aus dieser trend abwärts trend bewegung ich habe hier bewusst beide gezeichnet um euch noch mal zu zeigen dass das nicht immer eine klare linie ist beim dax ist es eine klare linie hier war es aber nicht eine klare das hängt davon ab welche ihr da nehmt trotz alledem diese widerstandszone da ist der markt jetzt dran und wir sehen aktuell noch null schwäche wenn ihr vergleicht ähnlich große rücksetzer zb hier und hier überlappungsfrei hier vorne ja gut hier kann man es nicht sehen aber ihr seht selbst wenn ihr sagt aber das hätte ich jetzt korrektiv eingeschätzt ich gebe es zu ich auch aber er hat ja nicht getriggert er ist ja nicht durchgefallen durch diese marke das heißt selbst wenn man hier gesagt hat na 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 vielleicht short richtig aber es ist nie zu der short auflösung gekommen also auslösung gekommen weil der markt das letzte tief da eben nicht durchstoßen hat ich kann euch beruhigen das wird trotzdem immer wieder mal passieren aber es ist statistisch nicht so häufig und dann habt ihr ja den relativ engen stop denkt da immer dran na gut das jetzt überhaupt keine short situation ehrlich gesagt weil der kurs war nicht vorher steil von oben runter gekommen aber ich will euch damit zeigen traden ist nicht absolut also die handelsentscheidungen sollten absolut sein also immer nach gleicher methodik nicht so ich glaube ich mach heute mal so mach heute mal so tut das nicht oh gott ich rede schon wieder viel zu lang hier wir wollen es ja kurz halten hierbei eigentlich aber wenn die situation nicht so schön ist wie sie wie ich sie mir vorstelle dann gibt es einfach keinen trade so also auch hier gilt korrektiv lädt ein für neue longs einfach hier aus der hüfte zu kaufen nein die frage nach den zielen keine ziele ich kann euch kein ziel geben es ist nach oben offen wir sind schon längst in der laufenden bewegung der nächste rücksetzer zum beispiel dieser art ist absolut fällig der kann ab sofort passieren jederzeit kann auch noch ein bisschen später sein das wissen wir nicht also jetzt hier von irgendeinem ziel aus zu gehen ist unlauter würde ich mal sagen allerdings wenn der kurs korrektiv ist haben wir zumindest erst mal die richtung haben zumindest erst mal so eine mögliche stop variante die man damit fahren kann und sagen kann okay typischerweise das alte hoch hier wird nochmal angesteuert und dann wird man gucken ob es dann weiter läuft sprich wenn wir dieses mindest ziel hier erreichen solltet ihr den stop auf den einstieg ziehen und sagen okay wenn es dann doch dreht naja dann geht es halt nicht anders und wenn er weiter läuft ist ja super ich habe hier extra meine short überlegung noch drin gelassen beim s&p die gilt nach wie vor also beim s&p finde ich die short seite eigentlich noch die bessere denn das ist die stärkere seite das ist die ganz klar korrektive seite das seht ihr daran dass diese aufwärtsbewegung und es ist eine aufwärtsbewegung gegen bewegungen hat die alle überschneiden alle nicht eine einzige die nicht überschneidet das ist klassisch für korrektiv klassisch für gegen trend ein vielleicht etwas aggressiver einstieg aber wäre zum beispiel diese tiefmarke am 8 november um bei 8000 entschuldigung 3800 hier 8 november wann war das morgens 10 uhr 9 uhr 30 irgendwie sowas in die richtung das ist ein bisschen aggressiv weil wir sind hier hinten ein bisschen kleiner unterwegs nur wenn der kurs da durchgeht haben wir zumindest meine chance dass das ganze sich dann nochmal fortsetzt und richtig gehört wir haben nur eine chance das ist bei weitem nicht sicher dass das passiert aber wenn diese chance aufgeht liegt der stopp hier respektive bei der 78er marke also das hoch wo auch immer das dann liegt ja das kann ja sein dass noch ein bisschen weiter klettert und dann haben wir diese entfernung als stop weite und der kurs müsste ja eigentlich das sag ich ja immer das ist die erste bewegung der kurs kam von unten das also die erste bewegung das nochmal machen das heißt welchen welches tief ihr auch immer für ein einstieg nehmen das ist dann eure risiko seite und das ist eure gewinn seite und bitte bitte glaubt jetzt nicht auch geil der ansatz ist super und der ist ja berufshändler wird ja wissen was er tut hier das geht also immer gut nein das geht ganz häufig nicht gut aber selbst wenn ich dreimal daneben liege dreimal dieser verlust ist immer noch kleiner als beim vierten trade dieser gewinn das heißt danach ich bei vier trades in der summe immer noch ein positives ergebnis ich weiß es ist für viele schwierig nachvollziehbar ich hoffe dass euch das trotzdem ein bisschen was bringt im im moment also bitte nicht short gehen nicht dass ihr jetzt rüdiger ist da auch short nein ich bin überhaupt nicht short ich suche wenn überhaupt dann suche ich shorts weil die aufwärtsbewegung gefällt mir nicht aber teile der aufwärtsbewegung finde ich super das korrektur und ich bin sofort wieder auf der long seite wenn er das hier bricht also ich versuche das in ganz vielen beispielen immer wieder zu zeigen weil ich es persönlich ganz einfach finde wenn es ihr kompliziert findet dann guckt vielleicht gerne tatsächlich mal rein und schaut mal zum beispiel heute abend hier bei unserem partner xdb in kombination mit finanzmarktwelt.de machen wir ja im rahmen des trade des tages da sind wir ein bisschen im moment am umstellen da wird es bald auch wieder viele neue inhalte geben im zweifelsfall auch da wenn ihr noch nicht dabei seid schon mal anmelden damit ihr dann trade vorstellungen und ideen da rechtzeitig bekommt also da gegebenenfalls anmelden und heute abend wenn ihr wollt immer dienstags 18 30 da mal rein gucken da schauen wir uns live am chart verschiedene trades an versuchen was umzusetzen vielleicht ist da ja was für euch mit dabei und ihr könnt auch fragen stellen so in diesem sinne euch jetzt erstmal alles gute ganz liebe grüße und bis bald ciao ciao